Weihnachten steht vor der Tür. Und damit auch das Fest der Geschenke. Der 48-jährige Entertainer Ross Anthony hat dieses Jahr ganz schön viele gut gemeinte Last-Minute-Geschenkideen auf Lager. Bei der Silbereisen-Show Alle singen Weihnachten hat er für das Schlageruhrgestein Florian Silbereisen jedoch eine ganz persönliche Weihnachtsüberraschung dabei. Doch die sorgt bei dem 44-Jährigen nicht gerade für große Begeisterung. Es ist ein simples Massagegerät. Nachdem Ross Anthony das Massagegerät eigenhändig dem Moderator auf die Brust und Wange drückt, konnte der Schlagersänger nicht viel mehr rausbringen als Begeisterung sieht definitiv anders aus. Auch im Netz fällt diese Geschenkidee bei den Fans der Sendung durch. So schreibt ein User Zitat, schlimmer kann die TV-Woche nicht mehr werden.